Hallo, hallo, liebe YouTube-Gemeinde und Facebook-Gemeinde und alle, die meine Videos so schauen, ich habe für euch eine kleine Impression zu meiner vorhergehenden Halloween-Party und ich habe viel vorbereitet und das will ich euch natürlich alles nicht vorenthalten und zeige euch das deswegen jetzt gleich mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt bekommt ihr noch zu sehen, wie die Wohnung dekoriert ist und wie dann zum Schluss alles gewirkt hat, bevor es losging. Und danach seht ihr noch ein paar Fotos von der Party. Musik 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 Als Resonanz habe ich bekommen von der Halloween Party, dass alles schon die Größe. Und das Essen lecker war und die Stimme auch gut. Also ich denke immer, dass ich es hinbekommen habe. Und ja, also, aufs nächste Halloween, würde ich meinen. Das war das Halloween-Spezial, was ich für euch machen wollte. Und dann freut euch jetzt schon mal wieder aufs nächste Unterwegs in Dessau. Das wird auch ein kleines Spezial, denn ich möchte mich meinem jüdischen Leben in Dessau vor dem Zweiten Weltkrieg widmen. Ja, das tue ich für euch. Weil wir haben ja auch ganz viele Stolpersteine hier in Dessau. Und das möchte ich mal für euch ein bisschen näher beleuchten. Dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Woche. Ich habe diese Woche noch ganz viel zu tun für das Unterwegs in Dessau 2021. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Lisa sagt Tschüss!